Mal geht's los mit Red Bull Banks. Auf geht's. Gut anschieben. Hopp gefahren. Gleich mal schauen. Tempo aufnehmen. Erstes Table. Gut mitgehen. Eine leichte Nase drin gewesen, aber kein Problem. Hier die ersten Banks. Und jetzt heißt es, die Tieflinge vor dem letzten Sturm. Jetzt kommt's. Letztes Abflug. Tempo rausnehmen. Dann machen wir ins Ziel.